Musst ihr echt keine Sorgen machen. Haben wir doch alle sowas gemacht. Nein, wir haben das nicht gemacht. Das kann nicht sein. Die sollten um zwölf zu Hause sein. Und dann kann ich mich drauf verlassen, dass die beiden um zwölf zu Hause sind. Guck mal, wir haben noch nicht alle abtelefoniert. Wir gucken auch in der Nachbarschaft. Und wir haben überall geguckt. Siehste, vielleicht sind die es doch schon. Das ist Melanie, glaube ich. Melanie, ja, vielleicht weiß sie ja, wo die Mädels sind. Melanie! Hallo? Ja, wir suchen die beiden. Ja, ja. Und? Du weißt, was ist das? Ja. Mein Beach Club? Was haben sie denn da? Okay, Melanie, danke. Wir fahren da sofort hin. Okay, wir fahren da hin. Danke, danke. Vom Beach Club, ja? Danke, dass du dich gemeldet hast. Tschüss. Ja, super. Was machen die denn beim Beach Club? Ich habe keine Ahnung. Das war nicht so ausgemacht. Nee, das kann ja nicht. Also dann, äh... Da würde ich sagen... Warte, 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 warte. Aber siehste, sind die da. Warte, ich habe eine Nachricht von Kina. Warte. Mama, könnt ihr bitte uns gleich schnell abholen? Wir sind noch am Beach Club. Scheiße. War das... War das ein Autopfeil? Hast du das gehört? Weil es nicht ist, ich ne gar nicht vorn ist. Ich kann mich fahren. Schnell! Jetzt. Auf Streife. Die Spezialisten. Hey, ruhig. Wir gehen da rein. Wir finden die. Ruhig bleiben, ja. Was ist denn hier noch? Was ist denn hier noch? Lass uns ruhig. Finden wir schon. Das ist mal fanciert. Ich muss da irgendwo der Eingang sein. Nina, jetzt bleib mal hier. Wir finden da nicht schon. Mir ist doch auch fanciert, Mann. Nina, ruhig bleiben. Ich kann nicht... Hier, da steht Eingang. Eileen? Kira? Wir sind hierher gerufen worden, zur Begleitung der Polizei. Es war eine Schlägerei gemeldet für eventuelle Verletzte und wir trafen am Einsatzort eine 18-jährige Sandra an, die mit der Schlägerei aber nicht wirklich was zu tun hatte, sondern schwer alkoholisiert war. Das angetrunkene Mädchen war mit den beiden Töchtern des Paares auf einer Privatparty. Die Schwestern sollten um Mitternacht wieder zu Hause sein, doch am frühen Morgen fanden die Eltern die Betten ihrer Kinder leer vor. Sie sind die Eltern von hier? Nein. Eileen und Kira sind unsere Töchter. Die sind gestern nicht nach Hause gekommen und haben eine Nachricht gekriegt, dass sie hier im Club sind. Okay. Und sie waren mit Sandra unterwegs. Sandra, kannst du uns ein bisschen helfen? Sandra, wo sind Eileen und Kira? Weiß ich nicht. Die sind mit so einem Kerl weggegangen. Was für ein Kerl? 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 Dunkel. Ah, rot dunkel. Und wo sind sie? Ja, sie ist auch nicht mehr wirklich da. Sie hat schon einiges getrunken. Sie haben was genommen? Hat sie was genommen? Sie sagt, Vodka Energy. Sie sagt, Vodka Energy. Aber die haben hier fleißig gefeiert. Die letzten haben sie gerade hier rausgekehrt. Also wir nehmen sie jetzt auch mit. Also ich glaube, ich gebe ihnen mal die Tasche. Ja. Sandra soll ich seine Mutter anrufen? Sie haben sich natürlich inzwischen alle aufgelöst, sind alle weg. Also es waren keine anderen Mädchen irgendwie in ihrem Alter, die da auch was abgekriegt haben? Wir versuchen gerade an Informationen zu kommen. Sandra kann uns nicht wirklich viel sagen, außer dass die zwei Mädchen mit einem älteren Jungen weggegangen sind. Ah, okay. Die haben wir nach Hause geschickt. Die konnten jetzt nichts dazu beitragen. Aber sie ist auch jetzt nicht mehr fit. So wirklich ist da nicht mehr. Ruf deine Mutter an. Ach ja, genau. Einmal die zu hoch. Und wir Süßen gehen jetzt mal ins Auto. Das wird wieder, das wird wieder. Ganz ruhig. Ja. Hey, unsere Mädchen tauchen wieder auf, ja? Ja. Ja, du. Ich weiß nicht, dass sie ja wenigstens mitgenommen haben. Hey, Schatzi, mach mir auch Sorgen. Die finden wir wieder. Hey. Hey. Ich guck doch schon weh, Sandra. Wie sollen die denn sein? Die sind doch eigentlich zuverlässig. Du kennst sie beide. Dass sie sich nicht bei uns gemeldet haben. Und das ist gar nichts anderes. Ich hab so eine Angst, dass die beiden von irgendeinem Typen, ich will's mir gar nicht ausmalen. Wir hätten die beiden nie weglassen dürfen. Seit neun Stunden sind die 16 und 18 Jahre alten Schwestern verschwunden. Die Eltern befürchten, dass ihren beiden Töchtern etwas passiert ist. Polizeihauptkommissar Klaus Wiebel und sein Kollege informieren deshalb die Leitstelle über das Verschwinden der Schwestern. Ich fahr jetzt mit der Sandra ins Krankenhaus. Ich ruf ihre Mutter an. Ich komm mit Sandra, dann ist sie nicht allein. Nein, das brauchen Sie nicht. Sie können mit Ihrem Mann hierbleiben. In Ordnung? Okay. Versuchen Sie sich aber ein bisschen zu beruhigen. Okay? Ja. Ich weiß, um Gottes Willen. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Aber bitte. Ja? Alle Kraft jetzt in die Suche der Kinder und wir kümmern uns um Sandra. Keine Angst. Und suchen Sie auch, ja? Ja. Alles Luft gemacht. Die Kollegen von der Polizei schalten jetzt alles ein. Seid mal leise. Hört ihr das hier nicht irgendwo klingeln? Ich hör doch das Handy meiner Tochter hier. Ich hör's auch. Leute. Das ist die Handtasche von meiner Tochter. Ja, ist sie das? Dann schauen Sie bitte mal rein. Ja. 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 Ich kann mir gar nicht vorstellen, was alles passiert sein könnte. Und es passt nicht zu Ihnen. Sie sind zuverlässig. Sie sind immer pünktlich zu Hause, wenn wir das ausmachen. Und es ist einfach furchtbar, weil sie sind alles, was wir haben. Die Töchter könnten in der Gewalt des Fremden oder verletzt sein. Die Polizisten fordern daher weitere Ersthelfer an. Zudem soll ein Spürhund nach den Mädchen suchen. Doch die Eltern halten es nicht aus, auf das Eintreffen der Spezialisten zu warten. Kira! 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 Leid! Mein Kollege weist jetzt die nachrückenden Kräfte noch ein und dann werden wir gemeinsam suchen. Lassen wir uns doch mal hier ein bisschen zurückgehen. Oh, Kira! Ali, wo seid ihr? Kira! Ali! Kira! Welche Mädels? Wo seid ihr denn? Wenige Minuten später erreicht Einsatzleiter Alexander Hedkamp mit den Sanitätern den Beachclub am Rande der Stadt. Das große und verwinkelte Gelände kann am schnellsten mit einem Flächensuchern durchkämmt werden. Klaus Wiebel informiert die Kollegen. Zwei junge Mädchen, eine von Minderjährig, könnten sich hier auf dem Gelände irgendwo verstecken bzw. werden irgendwie festgehalten. Also wir müssen das alles auf links drehen hier. Ist klar gefahren zum Gelände, die wir kennen? Nicht, nichts bekannt. Ist hier irgendwas, ein Gefahrenbereich irgendwo in der Nähe? Nicht bekannt. Okay, dann würde ich sagen an die Arbeit. Kira! Ali! Du musst überall mal reingehen und auch schauen. Kira! Ali! Wo seid ihr? Ich finde der was. Hat der was? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Wie wird's? Kira! Ali! Ali! Hat der was? Kira, Ali! Warte, warte, warte. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, die Rettungstelle ist Ali. Ali! Ali! Ali, was ist los? Ali! 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 Was ist los? Einmal kurz zur Seite. Ich bin auf der Arbeit. Weitere wollen jetzt. Was ist los? Was ist los? Oh, ist doch die Schwester. Was ist nicht passiert? Was ist los? Hallo? Können Sie uns verstehen? Ist Ihre Tochter, ja? Als wir bei der Aileen eingetroffen waren, konnten wir als allererstes blaue Flecken im Gesicht feststellen. Und relativ schnell auch so etwas, was ich als allererstes als Prellmarke deuten konnte von einem Autogurt. Was für mich erstmal überhaupt gar keinen Sinn ergab. Hat der irgendjemand was ins Getränk getan? Hat der irgendeiner K.O. Kopf gesehen? Kann ich nicht sagen, ich bin jetzt auch besser mit Ihnen hier. Meine Mädels trinken nie Alkohol. Sieht doch niemand aus, der betrunken ist. Ihre Tochter sieht aber eher aus, als ob sie jetzt die Verletzung nicht hier bekommen hat. Die war doch garantiert in der Schlägerei. Die hat doch voll einen ins Gesicht gekriegt. Also ich würde jetzt auf den ersten Blick sagen, das ist keine Schlägerei. Wir brauchen einen Zugang. Mach mal direkt einen großlunigen. Wo ist meine andere Tochter? Wo ist Kira? Schatz, kommst du alleine klar hier? Ich such weiter, ja? Mama ist da. Papa ist da, ne? Hey, mach dir keine Sorgen. Keiner ist böse, okay? Eileen konnte mir gar nicht viel sagen und natürlich blieb die Sorge um Kira. Aber ich war einfach schon mal ein Stück erleichtert, sie zu finden und zu sehen, dass sie nur ein paar Schrammen hat. EU wieder links, rechts, Flanke. Kira! Eine Linie. Kira! Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Der Vater befürchtet, dass seine jüngere Tochter noch mit dem unbekannten Mann zusammen ist, mit dem die Schwestern offenbar von der Party verschwunden sind. Womöglich hat der Fremde ihr etwas angetan. Der Suchhund schlägt plötzlich an. Ansteiger! Kira! Kira! Was ist passiert? Wie geht's dir? Schatz, was ist los? Wir hatten auch einen Unfall. Was passiert? Alles gut. Ja, bleib. Kommen Sie mal kurz. Sie kommen sofort wieder zurück. Alles gut. Papa ist da. Hallo. König mein Name. Was ist passiert? Meine Schwester ist das Auto gefahren. Ja. Wir sind nach der Party mit dem da hinten mitgegangen, weil, ich weiß nicht, wir wollten nach Hause fahren und dann, ich weiß gar nicht. Und ich krieg meinen Fuß ja nicht raus. Ja, da gucken wir gleich bei. Wir müssen jetzt erst mal so ein paar Sachen wissen, ob wir dich jetzt hier voll immunisieren müssen. Hast du die ganze Zeit dich hier schon so bewegt, wie du dich jetzt bewegt hast? Ich hab versucht, dich wenig bewegt. Hast du Schmerzen im Halsbereich oder irgendwo? Gar nicht. Okay, super. Jetzt tut nur der Fuß weh, ja? Die 16-Jährige könnte sich bei dem Aufprall den Unterschenkel verletzt haben. Sie erzählt ihrem Vater, dass sie den jungen Mann auf der Party kennengelernt hatten und er ihre Schwester Aileen zum Autofahren überredete. Der Vater macht seiner Wut Luft. Hast du vielleicht selber Kinder? Weißt du, wie sich das anfühlt? Kannst du dir das vorstellen? Ey, mach dir mal Gedanken darüber, wenn du wieder nüchtern im Kopf bist. Und die Kleine hat nicht mal einen Führerschein. Du kannst dich fahren lassen. Mann, ey! Der junge Mann, Nico, wird sicherlich zur Rechenschaft gezogen werden. Wir gehen davon aus, dass er vorsichtig gehandelt hat, dass er das Mädchen betrunken gemacht hat. Also, wir gehen davon aus, dass er möglicherweise seine Fahrerlaubnis verliert. Wir haben ihn vorläufig festgenommen, werden ihm eine Blutprobe entnehmen. Wir haben sein Auto sichergestellt und jetzt entscheidet der Staatsanwalt weiter. Ich bin einfach nur froh, dass ihr wieder da seid. Ja? Wir hätten nicht mitgehen sollen. Es gibt keinen Ärger. Ich wollte einfach noch nach Hause, weil wir waren schon so spät dran und das mit dem Taxi hätte noch Jahre gedauert. Hi! Von einer Privatparty sich hier hin zu verirren ist eine ganz andere Geschichte. Reden wir irgendwann mal drüber, aber nicht heute. Ja? Heute müssen wir nur nach Hause kommen. Okay? Hey, ja? Da brauchst du keine Sorgen machen. Als ich dann später bei dem Pkw eintraf, ja, konnte ich auch direkt mir ein Bild von Kira machen, die auf der Rücksitzbank saß. Sie wurde wohl durch den Aufprall, ja, mit dem Kopf auf die Rückenlehne des Vordermanns geschleudert. Und, ja, der Rücksitz ist auch nach hinten gepresst worden und hat dabei, ja, eine Fraktur des linken Unterschenkels verursacht. Die Aileen wurde jetzt auf einem ganz anderen Ort aufgefunden als an dem Ort, wo das Auto stand. Oft ist es so, dass Personen, wenn die jetzt so einen Unfall mitgemacht haben und dann erstmal irgendwie aus dieser Situation hinaus wollen, aus dem Fahrzeug aussteigen und dann erstmal irgendwo nach Hilfe suchen wollen. Und dann schlagen die eine Richtung ein und laufen dann erstmal rum, hoffen auf Hilfe. Und, ja, bei der Aileen war es dann halt so, dass sie erstmal keine Hilfe gefunden hat und dann aufgrund von dem Unfall und der Schwäche, die sie dadurch erlitten hat, dann auch erstmal zusammensackte. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass die 18-Jährige ein Schädelhirntrauma erlitten hat und der Unterschenkel ihrer jüngeren Schwester gebrochen ist. Beide Mädchen behalten keine Folgeschäden zurück. Die volljährige Tochter wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis belangt. Der Halter des Wagens bekommt eine Anzeige, weil er das Mädchen alkoholisiert und ohne Führerschein sein Auto lenken ließ.